Geliebte Menschen, Wir begrüßen euch mit der bedingungslosen Liebe des All-Einen. Wir sind die Engel der Liebe und wir sind hier, um dich daran zu erinnern, dass du niemals alleine bist. Und dass die Liebe des All-Einen immer bei dir ist. Wir ermutigen dich, dich auf diese Liebe zu konzentrieren. Denn sie ist die Energie, welche die echte Realität aufrechterhalten wird. Verstärke deine Verbindung zu dieser Energie, indem du dich auf die Frequenz der Liebe einstimmst. Wir sind heute gekommen, um dich dabei zu unterstützen. Aus diesem Grunde bieten wir dir eine intensive Energieübertragung aus dem Zentrum von allem, was ist, an. Suche dir einen Platz, an welchem du ungestört sein kannst. Sorge dafür, dass du mindestens 30 Minuten lang nicht gestört wirst. Setze oder lege dich in eine bequeme Position. Schließe deine Augen und beginne deinen ganzen Körper zu entspannen. Angefangen bei den Füßen bis hin zu deinem Kopf. Sobald dein ganzer Körper entspannt ist, nimm ein paar tiefe Atemzüge und lass dich in die Energie der Liebe hineinfallen. Jetzt stell dir vor, dass du in einem schönen Garten bist. In diesem Garten siehst du eine Rose. Die Rose ist das Symbol der Liebe. Bleibe eine Weile bei der Rose sitzen und spüre ihre Energie. Während du das tust, sagst du mit deiner inneren Stimme diese Worte zu der Rose. Ich bin offen, deine Liebe zu empfangen. Spüre nun, wie die Energie der Liebe aus der Rose zu dir fließt. Spüre, wie die Liebe in dein Herz hineinströmt und dein ganzes Wesen erfüllt. Erlaube dir jetzt, in dieser Liebe gebadet zu werden. Atme den Duft der Rose ein und entspanne dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr. Erlaube dir, ganz von der Liebe der Rose erfüllt zu sein. Der Duft und die Schönheit der Rose tragen dich in die Frequenz der Achtsamkeit und der Wertschätzung hinein. Dort umhüllen dich die Energien liebevoll und tragen dich hinauf in das göttliche Licht. In diesem Licht erkennst du ein Wesen aus reiner Liebe. Dieses Wesen ist das All-Eine. Das All-Eine ist die Quelle aller Liebe. Und dieses Wesen möchte dir seine Liebe schenken. So setze dich eine Weile mit dem All-Einen zusammen und spüre, wie seine Liebe in dich hineinfließt. Währenddessen du seine Liebe diese wundervolle Liebe empfängst, sage mit einer inneren Stimme, ich bin bereit, ich bin offen, deine Liebe zu empfangen. Lass nun diese Liebe des All-Einen in dein Herz hineinfließen und so dein ganzes Wesen erfüllen. Erlaube dir, in dieser Liebe zu baden und diese Liebe anzunehmen. Atme den Duft des All-Einen ein, welcher jetzt zu strömen beginnt. Und entspanne dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr. Erlaube dir, ganz von der Liebe des All-Einen erfüllt zu sein. Die Liebe des All-Einen ist so mächtig, dass sie dich mit dem Licht der Wirklichkeit erfüllt. Das Licht wächst in dir und verschmilzt mit dir. Und es verbindet dich immer mehr mit der reinen Wirklichkeit. So befindest du dich nun im Zentrum dieses Lichtes. Und die Liebe des All-Einen fließt durch dich hindurch. Sie erfüllt dein Herz und lässt dein Herz erstrahlen. Und so beginnt aus deinem Herzen heraus die Liebe des All-Einen in die Welt hinaus zu strahlen. Du fühlst diese Strahlen und du erkennst, wie das Licht der Liebe sich um die Erde legt. Du spürst genau, wie sich die Energie der Wirklichkeit anfühlt. Denn du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil der Liebe des All-Einen. Und du weißt jetzt, wie du diese Liebe stärken kannst und verteilen kannst. Wir, die geistigen Wesen der Liebe, werden nun diese enorme Energieanhebung in dir verankern. Eines ist gewiss, die Liebe des All-Einen wird nun durch dich in die Welt hineinfließen. Und es ist deine Aufgabe, diese Liebe fließen zu lassen und sie zu nutzen, um anderen Menschen auf ihrem Weg in die Wirklichkeit zu unterstützen. Denke immer daran, geliebter Mensch, dass du niemals alleine bist. Denn die Liebe des All-Einen ist immer bei dir. Und so verabschieden wir die Engel der Liebe uns wieder von dir. Mit einem Gruß der Achtsamkeit und dem Duft der Rose. Wir sind immer bei dir. Und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Und wenn du magst, schreib mir unten in die Kommentare deine Gedanken zu diesen Gedanken, zu diesen Inspirationen. Und wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, indem du hier auf diese kleine Kugel klickst. Und ich freue mich auf dich zum nächsten Video. Alles Liebe. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.